Hallo und herzlich willkommen bei... Stuff dürft ihr jetzt sagen. Was heißt, wie heißt das denn? Let's play Eden Eternal together. Nee, let's play together Eden Eternal. Let's play! Das ist doch fast das gleiche, lass mich in Ruhe. Ja, wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, ein paar Quests angenommen. Ein paar Sachen gekauft, ein paar Sachen verkauft. Hier vorne, ich weiß nicht, irgendwo war die Population von einer... Nee, warte. Wir müssen für die Hauptquests Reißzahnpumas töten. Dann gehen wir mal gleich hier links. Ja, irgendwo war die Population... Ich bin doch froh, dass wir rechts gehen, weil hier sind... Nein, links waren, glaube ich, mehr Reißzahnpumas. Das Problem ist, ja. Oder Flory tötet einfach irgendwen. Ich hab einfach mal rumgeballert, leider. Oh, das war jetzt doof. Ich hau mal das rein. Hast du schon wieder irgendwelche Bossmonster gepullt? Nein. Na dann. Aber mal Pi Quadrat und Wurzel 4, gehört der Schokobong jetzt mir. Ja. So, da ist noch einer. Oh, aber Pi fangen die Instanzen an, sehr schwer zu werden. Also... Mh, naja, es geht. Es geht. Du hast sie noch nicht gemacht. Aber die späteren, also... Kannst du nicht sagen, von hier werden sie schwer. Äh, nein, also... Ich hab sie ja... Ich hab sie ja nachher alle allein durchgespielt, um die ganzen Mom-Boss-Objekte zu bekommen. Das war Sinn. Ja, dann sind sie sowieso schwieriger. Ja, aber die ersten hab ich noch geschafft, bis hierher. Also... Ab Gossgebirge, finde ich, wird's ein bisschen schwieriger, die Instanzen. Ja, das muss ja, sonst wirst du langweilig. Oh, ich hau grad irgendwelche Pumas um. Ich auch, die ganze Zeit, ich baller auch einfach nur irgendwo drauf. Das Problem ist irgendwie, Reißzahn-Pumas sind nicht gerade viel. Hier ist eher diese... Ich sag doch recht, sind mehr Reißzahn-Pumas, oder? Kein Mana? Willst du mich verarschen? Jetzt schon? Ich hab auch keins mehr. Höh, was ist das denn? Ey, da ist eine Truhe, die hau ich mal kurz. Ey, ihr spinnt wohl, ihr euren Pumas. So. Die sind übelst schlecht. Auch beendet. Ja, ne, kann das sein, die kommen mir auch viel zu schwach vor. Wir haben den einen Buch... Vielleicht sind die einfach nur übelst viel zu stark. Info, wir haben die Pumas. Erstmal Buchquests am besten. Ich bin Level 23. Ja. Florin nimmt auch am besten gleich die Buchquests. Äh, welches Buch war das? Fall 1, Tigerkontrolle. Hab ich noch nicht, die hab ich noch nicht fertig. Hä? Hä, welches... Achso, meinst du das mit Stichring? Nein, das ist der Buchquest mit Reißzahnpuma töten. Hallo? Achso, der, ja gut, gut, ja. Oh Gott, wenn das jetzt schon wieder anfängt. Ich, 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 ich niete dich um. Ja, ich war grad verwirrt, hä? Den hab ich ganz unten drinne gehabt. Den hab ich ganz unten drinne gehabt. Ja, ich auch, da musst du jetzt ab und zu mal runterscrollen. Ich meinte, Flory. Und jetzt habt ihr Steinklauenpuma und Steinzahnpuma, richtig? Ja. Dann jetzt renne ich grad zu Stichling, genau wie Flip. Stichling. Flip. Hä, Steinklauen? Achso. Achso, ähm, Angriffs-Zaubergeschwindigkeit. Wenn das neu war, aber was, Stein, Dämon, Stein, Älteste? Nein, das, das ist das andere Buch. Echt? Ja. Jetzt müssen wir Pumafell von Langmenig... Ja, wir müssen jetzt sowieso mehrere Lang... Ach, das ist ein Sammelquest, jetzt möchte ich mal gucken, ob das funktioniert. Was denn? Teilen. Achso. Quest erfolgreich geteilt. Hä? Was ist jetzt? Weiß ich nicht, ich hab Teilen gedrückt. Okay, dann gehen wir mal Pumafell. Ich hoffe immer, vielleicht, wenn, vielleicht, wenn, wenn einer das aufgesammelt hat, alle, dass, der einmal Teilen drückt, vielleicht haben denn alle das. Könnte sein. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen sowieso mehrere, ich glaub ein... 21 Langmenige. Ach, wir haben die einen Langmenigen schon alle besiegt. Und das ist natürlich blöd. Ja, ne? Joa, doch, egal. Oh, macht du nicht. Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, ach, hier... Ne, das ist falscher, falscher Scheiße. Äh, tag, schnell mal einen ab. Bei wem klingelst du, Sagat? Ja, ist bei mir. Ich hoffe, dass gleich einer rangeht. Ich hoffe immer noch, dass gleich einer rangeht. Wie unprofessionell. Langsam spinnet meine Vermutung, dass einer rangeht. Ach, da ist schon ein Zauber drauf, okay. Was, sag mal. Geh doch einfach ran. Komm, steh doch ran. Mirko, du, du rauschst schon wieder. Mal wieder. Immer. Ich hab einen Reißzahl und einmal Fell bekommen. Ah, ich hab nichts aufgesammelt, glaub ich. Oh Gott. Fell hab ich, glaub ich, noch nicht. Ich hab nur Fell. Ich hab nur Reißzähne. Warte. Scheer. Habt ihr jetzt von beiden einen? Nein. Äh, nein. Hat diese Quest... Vielleicht bringt er's... Oh, rotes Phantom. Hier ist einer. Guck mal, vielleicht... Ja, Flory, lässt du den sonst erstmal noch in Ruhe? Ja, ja, mach ich auch. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt zwei... Ist der jetzt ein Überwass? Nein. Ja, sowas in der Art. Ein großer. Aber der hat Feuer und Schnitt. Wenn du vielleicht mal... Warte, ich hab grad drei Pumas hier. Pam, tot, pam, tot. Und der nächste, pam. Flory, wollte ich... Nee, warte, warten, wir warten noch mal kurz. Wo seid ihr denn? Was macht ihr denn da hin? Aber ich glaub, die Bosma und sie greifen nicht so an. Äh, doch. Aber das ist ein normaler Bosma, den gibt es aus dem Ding. Ja, mein ich ja. Los, warte. Oh, Feuer. Ach, wir greifen schon an. Wow, danke. Da musst du mal aufpassen. Oh, warte. Zoneereignis? Sind das die toten Kopfviecher? Ja, das sind die ganz bösen. Ja. Die killen macht immer besonders viel Spaß, weil man da so eine lustigen Teile kriegt. Weil die sich hochheilen? Das macht total Spaß. Ach, ich hab den Quest beendet. Wo müssen wir den abgeben? Warte, hier fehlt noch eine. Komm, wir gehen zu den Scheren. Ja, mir hier fehlt auch noch Pumafell. Ja, siehst du, Mirko lag ganz viel rum, das hab ich eingesammelt. Hast du noch was? Äh, weiß ich nicht, ich glaub nicht. Ich hab, ich hab jetzt alles. Ne, mir fehlt immer noch Pumafell. Ja, dann sammeln doch mal. Ich glaub, teilen ist irgendwie... Hat diese Quest bereits abgeschlossen, steht da überall. Bei beiden. Hm. Oh, Mirko, auch fortfühlen. Bitte, renne gar nichts vor. Überlegen nämlich jetzt schon. Ja, warum lassen ihr nichts mehr fallen bei mir? Ach so, Flori, ich hab sechs Pumafell, wenn du eins brauchst. Philipp, hast du fünf? Mirko hat welche übrig. Ich hab keine übrig. Ja, mir fehlt denn noch eins danach. Oh, toll, Farben, die sind so toll. Jetzt hab ich eins. So, Mirko, wo bist du? Ich bin bei Shears. Ähm, Farben. Von wem kriegen wir den nächsten Quest? Ja, wo steht Shears? Ich kann's nicht sehen, wie gesagt. Ich bin Autoroute gegangen, Mann. Ja, das geht ja bei mir nicht. Hat Shears... ... hat keine Quest mehr, oder? Einführung Gossgebirge? Äh... Ja, oben ist Mirko irgendwo. Ja, hier ist... Gossgebirge 3. Mirko, gib mir mal die... Oh, schrei doch nicht viel. Ach da, unbekannter Stein. Gossstein-Ältester. Ähm, da sind drei große. Wollen wir sonst... ... den Löwen angreifen? Warte ich. Weil dann können wir warten, bis der hier ist. Ja, ich hab keine mehr. Ich hab die eben abgegeben. Damit hat er alle gelöscht. Was? Ach so. Wie jetzt? Boah, toll. Können die denn jetzt wenigstens noch mal warten, oder? Ja. Wir haben noch... Ich hab noch ein Gefäße, das mach ich jetzt. Siehst du, er macht wieder alles alleine. Du musstest die Gefäße auch alleine. Ach, das ist schon wieder in der Nacht, Kinder. Tja, mach ich mal alleine. So. Bruch. Und... Warte. Tod. Das war einfach. Was tust du denn jetzt? Da unten. Ja, du hast den doch auch beschworen. Bluts Bestienarm schienen. Wer ist denn den Scheiß? Boah, wann krieg ich denn endlich noch so ne hässlichen Fälle? Ey, das kotzt mich voll an. Flori, hast du die vielleicht schon fertig, die Quest? Nein, ich hab die Fälle ja noch nicht. Ich hab nur zwei von vier. Ach, warte, da kommt der große Löwe gleich. Boah, jetzt hab ich C gedrückt. Ach, C ist... Wie geil. Ach, cool. C ist auch ein Tastenkürzel. Was macht das? Geil, ich krieg die ganze Ertränke, aber keine Schissfälle. Ausrüstung macht's auf. Da kommt das große Vieh. Bin doch nicht so weit. Wenn es sich so ne komische lila Aurasphäre um ihm ist, dann... Und er, die er benutzt hat, nicht angreifen, weil jeder Attacke heilt ihn dann. So weit bin ich auch schon gekommen. Und seitdem sind die Viecher sau einfach zu besiegen. Und er kommt langsam her. Ähm... Oh man, nee, ist das denn behindert hier? Ich wäre bereit, bischön. Jetzt endlich... Ein Pumafell fehlt mir noch. Ja, mir konnte es angegriffen. Ja, super. Ich möchte doch nur meinen Grittle abwenden. So, komm her. Chemieopfer, das ist ein Unfall gewesen. Oh, der ist tot. Cool. Mal sehen, Truhe? Nein. Doch, ich hab eine bekommen. Was hast du? Eine Truhe. Entnehmen. Da dürften jetzt... Vier Asbestkristalle. Und ein seltener Jadekristall. So, Meister Sassine, wo bist du? Tötest du jetzt schon die nächsten, oder? Mir fehlt nur ein scheiß Pumafell, und dann könnte ich ja zu euch stoßen. Aber ihr seid ja auch schon so weit... Du tötest echt Langmenige und nicht Reißzahnpumas. Ja. Jetzt hab ich ein Pumafell. Okay, wir warten noch hier. Wo seid ihr denn jetzt die ganze Zeit? Ihr habt schon wieder irgendjemanden gekillt, ne? Ja. Irgendjemanden wichtigen? Ja, du hast oben eine Nachricht bekommen. Kannst du eine Truhe aufmachen. Da gibt's immer so ein paar gute Sachen. Ja, wir warten denn hier noch auf dich. Das wär sehr nett. Wir müssen eh 21 Steinälteste besiegen. Mindestens. So, gib mir... Scheiß, mir ist mir das scheißegal. Das ist danke, bla bla, annehmen. Jo, 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 jo. Die Gilde hat jetzt... Ach, guck mir doch mal das Gildengeld an, Mirko. Warte. Das Silber. Wo war das? Welchen Quest macht ihr jetzt? Ihr wartet da unten. Aber welchen macht ihr jetzt, Philipp? Äh, Gosgebirge 3, sammle unbekannter Stein vom Gosstein, Ältester. Wunderbar. Mirko. 6, 6, 6. Schön. Dann laufen wir mal. Am besten unentdeckt. Nein, das ist Raumwandel. Oh Gott. Ja, wenn wir jetzt ein Dieb sein würden... Ja, jetzt rennt ihr wieder vor. Nur weil wir schneller laufen, weil es du... Ah, die fliegenden Gorillas. Oh Gott. Ich habe dieses Gebiet gehasst. Das ist ein Ältester. Das Gebiet sah auch richtig scheiße aus. Ich finde, das ist schlecht designed. Na, Wüstengebiet finde ich... Ja, für ein Wüstengebiet finde ich ganz okay. Ja, aber ich mag die ganzen Wüstengebieten nicht. Die finde ich blöd. So komisch. Die sind aber schlecht. Ich fand die damals richtig stark. Oh, ich habe eine Schatzkarte bekommen. Alter, der respawned hier im Sekundentakt. Ich habe noch zwei Schatzkarten. Erster Teil, brauchst du welche? Alter, die respawned hier im Sekundentakt. Tja, die haben sie gerade... Ich habe auch noch ein paar Schatzkartenteile, ey. ...getötet worden. Ach, hauen wir gleich noch ein paar Dämonen mit um. Dann geht der Quest ein bisschen. Ach, wir sollten gar keine Dämonen geben. Ne, nur die ältesten Umsatz sammeln. Aber du kannst die Dämonen schon töten für den Quest da oben sonst. Oder irgendwas anderes. Ja, mache ich auch. Oh, jetzt habe ich den angegriffen. Ich habe jetzt schon vier Steine. Wie viele habt ihr? Wenn ich rausgehe, habe ich ganz viele. Ich habe drei Steine. Bio-Brecher-Felsknoppen. Damit kann man... Ach, ich habe schon alle. Ich habe drei. Geht der denn teilen jetzt? Ich weiß nicht. Wenn ich auf Teilen klicke, hat diese Quest bereits abgeschlossen. Hat diese... Hat diese Quest bereits abgeschlossen. Quest erfolgreich geteilt. Ach, wahrscheinlich ist es nur zum Quest annehmen. Ja. Irgendwie so eine Sammelquest, damit... Ach, da seid ihr. Ich habe mich gerade umgedreht. Vielleicht sollte ich auch nicht nur Dämonen töten. Ja, da bin ich auch für. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Eisschildkrieg auch noch ein Upgrade. Und ich habe noch einen Wissenspunkt und den haue ich... Was ist eigentlich dieser Zorn jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ich auch nicht. Keine Ahnung von Zorn. Äh, bin ich wütend. Oh, ich habe... Verringert Verteidigung. Ich habe übelst die Mana verblenden. So, ich habe jetzt auch alle acht Steine. Ja, Flori, du hast einen riesigen Mob hinter dir. Da kannst du noch schön... Oh, kein Mana mehr. Super. Ah, Flori. Hilfe. Kein Mana mehr und überall Viecher. Das ist schlecht. Haut rauf, los. Oh, von mir kommen vier Sonneviecher in der Herde, alle. Oh, ich haue mir nochmal schnell zwei Tränke rein. Noch einmal heilen. So. Oh Gott. Ähm. Sonst töten wir noch schnell drei Steindämonen. Oder seid ihr jetzt beide schon wieder weg? Ich bin jetzt los. Ich bin immer noch da. Ich muss immer noch Steine sammeln. Hier ist nochmal der große Löwe sonst. Ja, Mirko, wie fühlt sich das jetzt an? So scheiße mit dem Hintergrund. Flori, wehe, du machst vor. Mach ich nicht. Das sag ich auch Mirko, wehe, er macht vor. Ach ja, und das ist nochmal der große Löwe, wenn wir wollen. Ja, hier ist auch noch so ein anderer. Jo, wir haben den Quest fertig. Äh, wenn ich sagen soll, konntet ihr den Quest mit dem einen Buch da mit dem braunen Buch auch für den abschließenden Schraubenschlüssel, Mann? Ja. Welches Gefäß nehmt ihr? Warte, was ist da drin? Ich hab den anderen genommen, weil der Geobrecher läuft hier immer rum. Drachenaffen, ja, dann nehm ich Geobrecher. Dann haben wir mal beides so ein bisschen. Äh, 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 sechs. War das das? Nein. Das war das Buch. Ja. Wo seid ihr jetzt bei dem? Oh Gott, ich muss grad erstmal... Hatten wir vielleicht noch Steine übrig? Oh scheiße. Ne. Was ist das denn? Ne, warte, ich spreche jetzt erst mit Stichlung und gebe den Quest ab. Mirko, was machst du jetzt da? Immer noch Steine sammeln. Hä, wo bist du denn? Du bist aber ganz... Ah, nein. Philippe hat eine Schatzkarte zusammen. Können wir gleich in Diana Jones spielen. Mit den ganzen Stangen, die rumrollen, ne? In Diana Jones. Milko, willst du ne Wendigkeit Felsspalten, ne Axt mit 1716p Angriff? 1716p, nein. Ich hab auch ne schwere Rüstung, Arm, 194. Warte, 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 Arm, 194. Oh, Rausch, 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 ah.